So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO! Und bei mir ist jetzt Sonntag und eigentlich kommt gleich am Sonntag eine Folge Ramses Minus, wo ich das allererste Mal mit Sackjahren in der Meisterliga GBL gezockt habe. Und ich möchte jetzt aber trotzdem ein Video vorbereiten für den Donnerstag, wo Shinaya da ist und wir zusammen wandern wollten und Bier trinken wollten und Raids machen wollten und Döner essen wollten. So ein Vlog, so eine Tour. Da wird es nämlich keinen Livestream geben, da wird es kein Video geben, da wird es gar nichts geben. Und da möchte ich jetzt einfach was vorbereiten. Da werde ich wahrscheinlich dieses Video jetzt machen, denn wir befinden uns, wie gesagt, immer noch in der Meisterliga. Aber Monak wechselt das. Ich bin jetzt gerade frisch Rang 19 geworden. Ich finde das unglaublich toll dieses Mal. Hier, guckt euch doch mal die geile Statistik an hier. 113 Siege bei 185 Kämpfen, längste Serie 10. Wie gesagt, ich bin jetzt Rang 19. Sieht man hier ganz deutlich an diesem weißen, nichtssagenden Bildschirm. Meine Top-Lade-TM, was mein Ziel ist, habe ich jetzt bekommen. Bei Rang 19 kriegt ihr die Top-Lade-TM, die habe ich jetzt schon bekommen. Und jetzt ist was ganz Besonderes, denn ihr habt jetzt 5 Pokémon-Belohnungen von Rang 19 auf 20. Ich glaube, es ist sogar egal, ob ihr gewinnt oder verliert, ihr würdet danach sowieso auf Rang 20 steigen. Also selbst wenn ich alle 5 Kämpfe verliere, habe ich das Gefühl, dass ich trotzdem dann Rang 20 bin. Ich versuche natürlich jetzt möglichst viele Kämpfe zu gewinnen, damit ich 5 Mal diese Pokémon-Belohnung kriege, weil das mich interessiert, was da jetzt drin ist. Wir könnten auch hier einen Pass einwerfen, lassen wir aber. Dann können wir auch mal schauen, ob ich da gut durchkomme. Jetzt mit Sackjahn im Team, der jetzt vorne dran steht mit Best-Body-Boost. Der ist nicht auf Level 50, da muss er erst nochmal zurückkommen, dass ich da noch ein paar XL mitnehme. Alle Pokémon sind aber 100%. Die Jäger-Geratina ist auf Level 50, Sackjahn ist auf irgendwas dazwischen. Und mal schauen, wie es verläuft. Ich bin eigentlich guter Dinge, dass ich 3 Stück vielleicht gewinne. Aber ob das jetzt wirklich so ist, jeder Kampf ist anders, jeder Kampf kann wieder komplett alles rausreißen. WPM 12. Und wir haben Mewtwo. Da fühle ich mich jetzt noch nicht davon so sehr beeindruckt, denn gerade bei Mewtwo habe ich angefangen. Wir greifen hier mit Unlicht an, dass ich so lange mache, bis ich Knudler einsetzen kann. Ich habe sogar meistens von ihm einmal seinen Move durchgehen lassen. Psycho-Stoß. Er ist nur auf 4-1, das heißt, er ist nicht so krass. Ich habe auch schon gegen 4.700er gekämpft. Und jetzt muss er eigentlich sein Schild einsetzen. Hat er auch gemacht. Jetzt können wir hier weiter drücken, bis wir zum zweiten Knudler kommen. Können unser erstes Schild einsetzen. Und haben dann vielleicht Glück. Das werden wir dem nächsten Knudler sein zweites Schild rausloggen. Schon hat er gar keine Schilde mehr. Ungefähr so. Schmeißen wir jetzt also hier drauf. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was ist sinnvoller. Direkt auf Giratina wechseln und den Rest machen. Oder auch abwehren. Wichtig ist für mich eigentlich immer die Schilde rauszulocken. Lassen wir mal den Psycho-Stoß noch durch. Holen wir mal Giratina rein und versuchen jetzt mal mit Giratina hier den Rest vom Mewtwo wegzumachen. Es könnte sein, dass er natürlich danach noch Stahl mit dabei hat. Deswegen, ich werde es jetzt einfach mal hier abwehren. Das war natürlich jetzt kein Spukball von ihm. Das war was anderes. Wir versuchen es jetzt einfach mit den Quick Moves hier runter zu farmen. Das hat auf jeden Fall funktioniert. Und wenn jetzt was mit Stahl kommt, haben wir ja immer noch unser Giratina. Es kommt was mit Drache. Ich würde also wechseln. Auch auf Drache. Er kann auch Boden attacken. Jetzt wechselt er nochmal. Er hat noch Kyokre dabei. Okay. Kyokre kann mir eigentlich nicht so viel anhaben gerade. Was kann Kyokre? Kyokre kann doch eigentlich nur Surfer. Manche spielen da auch hier Stromstoß irgendwas. Also mal gucken, mal gucken, mal gucken. Greif uns ruhig mal an. Kyokre dürfte uns jetzt keine Gefahr darstellen. Wir haben noch einen Spukball dann übrig für das blöde Knackrack, was er ja leider jetzt gewechselt hat. Ähm, hauen wir es jetzt so um, hauen wir es andersrum. Ich glaube, wir müssen den ersten Move, der voll ist, machen, sonst sind wir tot. Ah, wir schaffen es nicht. Wir haben es nicht geschafft. Das ist leider schade. Surfer. Wir haben sogar, wir haben noch ein bisschen übrig. Hier. Was machen wir auch immer. Ich weiß, das ist jetzt schon total chaotisch. Wir haben noch ein bisschen Energie übrig. Es wäre schön gewesen, mit den Quick Moves ihn down zu kriegen. Den Rest auf das... Auf das Knackrack draufgeworfen. Wir gehen jetzt direkt auf Spukball. Ich hoffe, wir dürfen er angreifen. Wir dürfen zuerst, bevor er kommt. Das ist auf jeden Fall ein knappes Ding. Ich glaube nicht, dass er schon tot ist. Und haben wir jetzt vielleicht... Wir haben noch einmal Unheilböen voll. Guckt euch das an. Einmal Unheilböen. Hinterher. Und das war's. Der erste von fünf Matches... Der erste von fünf Kämpfen ist im Sack. Ich glaube, ich hätte früher gar keine Chance gehabt. Kein gar nichts. Aber ich finde Sackjahn trotzdem richtig cool dabei. Obwohl natürlich auch Togekiss vorne in der Führung richtig cool ist. Vielleicht sollte ich mal Togekiss und Sackjahn beide gleichzeitig ins Team nehmen. Dann wüsste ich aber nicht, was ich rausnehme. Vielleicht doch Dialga raus, weil der so lange braucht, bis er seine Moves voll hat. Aber der ist wieder der Einzige, der ganz cool ist, wenn jetzt Togekiss doch als Gegner kommt mit seinen Stahl-Moves. Also, wir machen dasselbe einfach nochmal. Jetzt haben wir hier Kyokre am Start. Ja, Kyokre... Weiß ich nicht. Das Sackjahn hält halt nicht so viel aus. Das ist ein Problem, was ich habe. Kyokre vorne drin bin ich eigentlich ein bisschen sprachlos. Ich würde vielleicht sogar jetzt auf... Wir wechseln mal hier aufs Giratina. Und er wechselt auf Latios. Na gut, er ist ein Drache. Okay. Das Sackjahn brauche ich noch, wenn wirklich noch was Krasses kommt. Wenn dann noch ein Metall kommt. Obwohl, wenn ein Metall kommt, habe ich ja eigentlich trotzdem meinen Giratina. Also, vielleicht hätte ich doch gar nicht wechseln sollen. Jetzt steigert sich unsere Verteidigung und gleichzeitig auch unser Angriff. Wir machen trotzdem gut Schaden. Wir haben zwei Schilder. Wir könnten jetzt eigentlich schauen, dass wir mit den Quick-Moves hier gut durchkommen. Das wird jetzt auch mein Plan sein und schon mal alle Moves aufladen. Egal, wie weit es geht. Wir müssen jetzt schilden, sonst war das Aufladen komplett umsonst. Und egal, was er jetzt reinholt, ob Kyokre oder was anderes. Wir haben uns fett aufgeladen. Und er hat... Wen hat er? Was hat er? Er hat einen. Er kommt mit... Nein! Er kommt mit Kyokre reingemacht. Direkt sein Move. Okay, vergesst es. Surfer. Überlebst du? Hat er aufgegeben? Nein, hat er nicht. Ah! Der Move ist schon eingeloggt. Ich kann schon drücken. Jetzt habe ich es aber ein bisschen verkackt. So, einmal Spukball. Ihr seht, das ist fast tot. Der ist ganz tot. Und er hat... Metagross. Und wir haben wieder den Spukball voll. Und wir haben auch Sack ja noch mit Kampf-Moves am Start. Und wir haben auch noch unser Dialga. Also, es ist alles da. Guckt euch das an. Zweiter Kampf gewonnen. Zweiter Kampf richtig abgerissen. Mindestens drei. Wollte ich ja, weil ich das so drin habe, dass bei drei Moves ist ja immer den... Äh... Bei drei Moves? Ach, bei drei Siegen die Pokémon-Belohnung gibt. Was jetzt hier natürlich anders ist, weil ihr bei jedem Sieg eine kriegt. Fünfters Maximum. Es wäre wirklich genial, wenn wir alle fünf schaffen und dann direkt Rang 20 erreichen. Rang 20 auch nächstes Ziel. Ich sage immer, ich möchte Rang 20 wegen der Top-Lade-TM, aber die gibt es schon ab 19. Ist eigentlich also egal. Wir haben jetzt hier Felinara vorne drin. Boah, damit kann ich jetzt wieder nicht so viel anfangen. Was habe ich denn bei Felinara immer gemacht? Nix. Wir probieren mal den Knuddler aus. Mit was greift denn der an? Fee gegen Fee? Scheint sinnlos zu sein. Der greift doch bestimmt normal mit Fee an, oder? Ich mache gleich Kampf drauf auf die Fee. Der farmt, der farmt. Ich darf auf jeden Fall nichts Drachenmäßiges reinholen. Die Yalga würde vielleicht noch ein bisschen besser standhalten. Aber erstmal muss er hier seine Schilde verlieren. Jetzt hat er nicht geschildet, die Sau. Ja, dann lass uns noch einmal. Das Felinara ist ein bisschen gerade... Felinara bin ich gerade ein bisschen überfordert, gebe ich zu. Deswegen machen wir einfach nochmal Knuddler. Denn wenn er jetzt denkt, ich greife wieder mit Nahkampf an und er lässt es vielleicht durch, dann ist es vielleicht weg. Dann nervt mich das nicht mehr. Er lässt es durch. Und ich bin trotzdem weg. Den Rest muss ich jetzt... Ich muss den Rest mit Yalga machen. Aber Yalga ist auch... Ah, Yalga passt eigentlich nicht. Aber Yalga kommt. Yalga greift stärker an, ist schneller, ist besser. Macht es weg. Nein, macht es nicht weg. Lassen wir mal durch. Psychoschock. Hat noch... Ein Schild. Ich habe auch noch ein Schild. Aber gut, ich kann auch noch wechseln. Er wechselt. Also er wechselt eigentlich nicht. Ich wechsel. Aber wir kommen jetzt hier mit an. Lass uns jetzt hier in Spukball drauf machen. Jetzt kommt er mit Kyokra an. Dann halt nicht, dann halt nicht, dann halt nicht. Das Melmetal wird mit zum Verhängnis hinten drin. Das sehe ich schon. Einmal Unheilböen, bitte. Nochmal Unheilböen, bitte. Ich muss Zeit schinden. Ich muss Zeit schinden. Den ersten werde ich auf jeden Fall überleben. Was auch immer der macht. Ich kann meine Moves aufladen. Ich brauche keine Moves einsetzen. Er hat aber auch keine Moves eingesetzt. Ich drücke jetzt hier einfach weiter. So, jetzt muss ich mal schilden. Und hoffe, dass wir jetzt gleich zurückkommen. Mit unserem Dialga. Dialga ist jetzt ein Kampf gegen die Zeit. Dialga, bitte, 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 bitte. Dialga ist drin. Hat er jetzt gewechselt oder bin ich tot? Ich bin nicht tot, oder? Ich habe gewechselt. Er macht seinen Move an mir. Ich bringe ihn gleich um. Er hat gleich kein Schild mehr. Weil ich sein Schild jetzt bestimmt gleich rauslocke, oder? Komm, wer ab? Wer ab, bitte. Wer ab, wer doch einfach mal ab. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Er hat nicht abgewehrt, okay. Er lädt sich jetzt wahrscheinlich endlos auf. Weil er so ein böser Bubi ist. Er macht einen gegnerischen Move. Was kann er denn? Er kann bestimmt auch Kraftkoloss. Und schlägt mich jetzt komplett tot damit. So, was machen wir jetzt? Einmal Unheilböhn. Och, Adi. Jetzt greift er an. Mit Steinhagel. Komm, hier, ein. Den ersten schildet er. Und ich habe so viel aufgeladen. Es muss nach den Unheilböhn, muss noch ein Spukball da sein. Es kann gar nicht anders sein, dass da kein Spukball mehr da ist. Und Spukball ist da. Jetzt ein Spukball drauf. Und vielleicht geht dann noch ein Unheilböhn hinterher. Wenn er den jetzt überlebt, überlebt er ihn ganz knapp. Komm, ein Move. Er ist weg. Krass. Da war das dritte Match. Drittes Match. Dritter Kampf. Das ist, ihr seht, je höher der Rang, desto viel heftiger wird das alles. Aber Sakjan macht eine gute Figur. Es war bisher, es war nie so knapp. Ich schwöre, die ganze Zeit. Immer richtig gut durchgekommen. Immer richtig gemütlich. Meistens noch ein ganzes Pokémon übrig gehabt. Mit voller Energie. Und jetzt. Die bisher besten Matches. Das ist der Titel. So muss ich es nennen. Wieder mal Clickbait vom Feinsten. Aber es passt bei mir. Es stimmt einfach. Kraudon. Ach du meine Fresse. Da habe ich auch wieder keine Ahnung, was ich mache. Deswegen machen wir einfach hier. Wir machen mal Nahkampf. Da sinkt zwar unsere Verteidigung. Aber egal. Guckt mal uns an, was der macht. Das sieht nämlich gut aus. Will er jetzt noch einen durchlassen. Ja, Boden ist für uns nicht so. Wenn er mit Boden ankommt, sieht es düster aus. Beim zweiten Mal lädt das doch hier viel schneller, oder? Ich muss mal einen durchlassen. Der macht bestimmt nochmal einen Feuerschlag. Hoffe ich. Okay. Und wir haben nochmal Nahkampf. Dann entweder ist er tot. Oder er nutzt endlich mal ein Schild von sich. Er nutzt kein Schild. Er wartet ab. Was ist da dann jetzt übrig? Jetzt hat er was mit Fee. Es kann noch nicht sein Ernst sein. Und guckt ihr an, wie ich hier rausfliege. Und ich kann, ich muss, ich muss die Yalga nehmen. Es geht nicht anders. Ich muss die Yalga nehmen. Weil Giratina gleich komplett weg ist. Aber er hat noch zwei Schilder. Also das wird auf jeden Fall nichts. Das wird nichts. Das wird gar nichts. Jetzt wechselt er hier. Jetzt wechsle ich da. Warum auch immer. Ist auch falsch zu wechseln. Weil er ja Drachenmoves gegen mich hat. Aber ich nicht gegen ihn. Ich darf aber nicht abschilden. Ich muss. Ich brauche die Schilder noch bei die Yalga. Er kommt mit Sandgrab. Ey. Hat er nur Sandgrab? Hat er keine Erdkräfte? Wenn er wirklich Sandgrab hat. Und die ganze Zeit Sandgrab hat. Dann ist noch nichts verloren. Er hat immer noch zwei Schilder. Wie sau. Und jetzt haut er rein. Weil meine Verteidigung ist gesunken. Mach doch wenigstens noch einmal Unheilböen. Ja, Romsus. Ist er spukbar gemacht. Dann wäre er durchgegangen. Dann wäre er schon längst tot. Das kann sein. Aber habe ich ja nicht. Macht er jetzt Sandgrab? Macht er Drachenklaue? Ich lasse es einfach durch. Es ist egal, was er macht. Er macht Sandgrab. Das ist ein bisschen was. Ich mache das wahrscheinlich jetzt direkt nochmal. Er ist fort. Das Tockelkiss kommt wieder rein. Wir machen mal Eisenschädel. Der zweite Eisenschädel ist nicht voll. Und er macht wahrscheinlich einmal einen Quick Move. Und ich bin weg. So, er schildert. Natürlich schildert er. Und schaffen wir nichts. Wir haben verloren. Wie konnte der auch Tockelkiss da reinpacken? Was ist das nur für ein böser Mensch? Aber egal. Sackjahn ist am Start vorne. Der hat noch Hunger, glaube ich. Die Bockwurst reicht ihm nicht aus. 15.51 Uhr. Um 16 Uhr muss ich das Muttertier holen. Drei. Vielleicht schaffen wir noch einen vierten Sieg. Kampf beginnt. Orion Moon. 74. Mit roten Haaren. Wer von euch hat schon mal mit Sackjahn in der Führung gespielt? Schreibt es mal in die Kommentare. Jetzt kommen wir hier rein. Wir gehen natürlich wieder auf unseren Nahkampf. Der auch ziemlich schnell wieder voll ist. Der halt leider Gottes unsere Verteidigung sinkt. Absenkt. Aber manchmal blocken die nicht. Und sind gleich komplett raus. Ich würde den ersten sogar, glaube ich, durchlassen. Macht bestimmt Schlagbohrer. Ne, macht er nicht. Er macht Eisenschädel. Nein! Ich habe bisher noch keinen gehabt, der einen Eisenschädel gemacht hat. Ist das ein Typ, Alter. Ja gut, dann kommt er als Giratina ins Spiel. Er wechselt bestimmt gleich wieder aus. So, was macht er jetzt? Weiß ich nicht. Ey, bisher hat er jedes Mal entweder den Schlagbohrer gemacht oder irgendwas anderes. Aber was das andere ist, weiß ich nicht. Also hat er bisher immer nur Schlagbohrer gemacht. So, jetzt hat er den drin. Ja, da hat er mich jetzt überrascht. Da hat er mich wirklich überrascht. Damit habe ich nicht gerechnet. Ja, Garados kann natürlich auch wieder Biss. Knirscher meine ich. Jetzt habe ich abgewehrt. Im Endeffekt macht er einen Nassschweif. Nein, hier ist es sogar Knirscher. Okay. Komm, hau mal drauf. Einmal hier. Hau mal einmal. Einmal hier Eisenschädel drauf. Ein Move habe ich doch noch. Äh, ein Schild habe ich noch. Ein Schild ist noch am Start. So lange können wir uns nochmal aufladen. Da setzen wir natürlich das Schild ein. Obwohl. Ja, doch. Doch, 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 doch. Jetzt müssen wir aufpassen. Er hat ja immer noch. Er hat noch Mewtwo, Bruder. Schaffen wir es, den Dragomedior zu zünden? Nein, schaffen wir auch nicht. Vielleicht hätte der jetzt einfach reingeklatscht, aber. Psychostoss. Weg. Hier rein. Hier haben wir einen Spukball drauf. Das war es für's Mewtwo. Aber wahrscheinlich mit seinem komischen Stallobohr war es das dann auch gleich für mich. So. Oder? Er hat noch viel zu viel. Er wird vor mir drankommen. Und er wird uns einfach besiegen. Ah, die beenden nicht die Aufnahme. Nicht die Aufnahme beenden. Nochmal Schlagbohrer. Ein bisschen was ist noch da, aber das reicht natürlich nicht aus. Unverloren. Drei Mal gewonnen. Zwei Mal verloren. Ari, was hast du denn wieder gemacht? Das hat die ganze Zeit so gut funktioniert. Jetzt darf ich trotzdem drei Pokémon-Belohnungen abholen. Wir haben einmal ein Weberrack. Heftiges Pokémon. Guckt euch das an. So. Eins. Wir haben einmal ein Forstelker. Das sieht ja fett aus. Ich glaube, ich habe noch nie ein Forstelker-Empfangbildschirm gehabt. Und wir haben Lampi. Wir können die drei auch gleich mal bewerten. Übrigens war gestern Abend dieser Kampftag. Wo man ja 100 Kämpfe machen konnte und alles. Also das hat sehr gut funktioniert. Aber ich habe den Kampftag leider dann nicht mehr spielen können. Weil ich erwarten musste, dass ich heute das aufnehmen kann. Dass ihr die Pokémon-Belohnungen seht. Und so bremst ein YouTube immer mal ein bisschen aus. Wir bewerten die drei jetzt hier. Weberrack nix. Forstelker nix. Und Lampi nix. Und jetzt ist der Punkt, weil viele immer sagen, wie erreiche ich den 21? Ich brauche doch da eine Bewertung von mindestens so und so viel. Und wenn ich bei Rang 20 rauskomme, habe ich nur so und so. Bei mir steht jetzt schon aber 2100 noch was Punkte. Ist es also nicht egal, ob ihr jetzt kämpft und dann immer verlasst, damit ihr schneller in den nächsten Rang kommt? Zudem, wenn ihr wirklich jedes Match komplett durchspielt und viele Siege habt, weil sich im Hintergrund eure Punktzahl schon zusammensetzt aus den bisherigen Kämpfen, die ihr habt. Muss ja so sein. Weil manche erreichen Rang 20 und haben gerade mal 1800 Punkte. Ich erreiche Rang 20 und habe schon 2100. Das heißt, selbst wenn ich jetzt nur einen Kampf gewinne, in dem Fünfermatch, bin ich automatisch trotzdem auch schon 21. Glaube ich. Weil ja ab 2100 Punkten du 21 wirst. Und ich bin ja jetzt schon auf 2100 Punkten. Muss aber jetzt erst noch ein Set abschließen. Wahrscheinlich selbst, wenn ich jetzt alle 5 Kämpfe mache und aus allen 5 Kämpfen rausgehe, kann es sein, dass ich auch schon 21 bin, weil ich ja schon über 2100 Punkte gerade habe. Wer dazu was weiß, kann es gerne reinschreiben. Das war es jetzt eigentlich von meiner Seite aus schon wieder. Nicht so eine extrem lange Folge, aber mal zwischendurch kurz, wie bei mir momentan so die Meisterliga abgelaufen ist, seitdem ich Sackjahren drin habe. Und dass ich sagen muss, gerade mit Sackjahren jetzt, macht das eigentlich wieder richtig viel Spaß. Ist spannend, es ist nicht einfach, es ist nicht so schwer wie sonst, es ist nicht so extrem unbeholfen. Und man sieht ja vielleicht von Folge zu Folge irgendwo ein bisschen eine kleine Steigerung mit dabei. Auch wenn ich immer mal wieder gegen einen Pokémon kämpfen muss, gegen das ich noch nie gekämpft habe, dann wieder ratlos bin, was ist das denn, was hat das denn, was macht das denn, was kann das denn, wieso macht das erst gar keinen Schaden und jetzt doch so viel, also es ist halt immer wieder ein kleines Rätsel. Ich jetzt also auf Rang 20, ich denke mal Rang 21 werde ich noch kommen. Wenn ich auf Rang 22 kommen würde, wäre das das allererste Mal, dass ich überhaupt Rang 22 erreicht habe. Ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und schreibt mal rein, welche Liga ist eure Lieblingsliga, Super, Hyper oder Meister und warum. Ansonsten bis zum nächsten Mal, ciao.